Erwartend. Erwartend ist ein partizipiales Adjektiv von Erwarten. Wer etwas erwartet, der ist erwartend. Manchmal kann man in einer erwartenden Geisteshaltung sein. Manchmal weiß man, so wie der Mensch aussieht, er erwartet etwas. Ich meine, es ist gut, die Erwartungen zu klären. Es ist gut zu wissen, was erwartet der andere. Es ist durchaus gut, mit Menschen zu sprechen und zum Beispiel deine Kollegen zu fragen, was erwarten sie von mir, den Chef zu fragen, was erwarten sie von mir. Man kann seine Mitarbeiter fragen, gibt es etwas, was sie von mir erhoffen? Gegenüber Mitarbeitern vielleicht besser über erhoffen. Man kann auch mal seinen Partner fragen, gibt es bestimmte Erwartungen, die du an mich hast? Man kann auch den Partnern, anderen selbst sagen, was man von ihnen erwartet und erhofft. Man sollte aber kein Sklave von Erwartungen sein. So wie ich sage, Wünsche sind nicht schlecht, aber man sollte kein Sklave der Wünsche sein. Emotionen können einem viele Informationen geben, aber man sollte nicht in den Emotionen gefangen sein. Auf ähnliche Weise hilft es dem Zwischenmenschlichen, wenn man die Erwartungen der anderen kennt und wenn man seine eigenen Erwartungen kennt und dann spielerisch damit umgeht.